ja wir müssen uns wieder rechts an der Wand halten oder so und zwei nicht, dann kannst du engen Blatt auf naja die werden wir doch mitnehmen, denk ich mal auch wenn sie halt mitkommen, kommen sie mit und wenn nicht, dann lassen sie stehen ne, huhuh weil wir sind ja gleich beim nächsten Boss jetzt ach das Vieh das konnte nicht wirklich was, oder? ich hätte uns nur die Diener halt kaputt machen, wenn die Diener kommen, das muss ich als erstes kaputt machen, ja naja auf die Diener konzentrieren und so und so also bleib ich am Boss und du die Diener, oder? ach die Diener, dann machen wir ein Ding, ein großer E und ich mache nochmal einen Feuerbanner ja, Diener kann ich auch noch mitmachen da kommen sie ja schon kommen da sonst unendlich viele von den Viehern, oder? wollen wir die jetzt nicht mitmachen? die Diener... ne? ne, ne... ne, ne will ich normalerweise Aber die machen aber halt einige Schaden oder was darfst du doch mal drauf achten? Nerven heißen. Achso, gut. Ja, Nerven heißen, genau. Ja gut, ich mein, wenn du Pech hast oder so und da hast du Stoffi dabei und da hast du noch einen Tank, sonst kannst du schon Probleme kriegen, wenn der Heiler nicht heilt, weil ja im Allgemeinen hast du ja Kegelheilung, ja, wenn der Heiler dann auf die Caster hinten steht. Ja und auf den Caster rein, dann kannst du ja schon gefährden mit denen. Ja gut, verstehe, ist dann. Na komm, wir zwei um. Oh, genau. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Der Ring ist nicht schlecht. GZ den Gewinner. GZ. Stärkekunstig, genau. Stärkekunstig, genau. Stärkekunstig. Der Hammer ist natürlich ungeschlecht. Guck mal, der nächste Boss war erst die Diener. Ja und das ist die einzige Frau, die es hier gelungen ist, in die Flucht zu schlagen. Ja, Prinzessin, okay, war's. Ja. Markus, hab ich jetzt irgendwas bekommen lassen? Ja, machen wir nochmal kurz sauber. So, dann war doch gut. So ist sie direkt zu uns gelatscht. Ne, ne, ne. Ja, mit der Latenz ist immer auch nur ein bisschen, ja. Ach, warte, das hab ich aus dem... Ah, jetzt hab ich übergeguckt. Egal. Wir hatten den Ring bekommen. Okay. Bitte? Wir hatten den Ring bekommen. Ah, okay. Okay. Scheiße. Äh, meinen Aero und Valkyrie hatten. Ah, okay. Verdammt. Wissen, was darf hier auch für mich bleiben? Ja, ja. Darf ich rauf, oder? Aber drauf. Ja, ja, drauf. Die macht auch nix. Besonders alt. Fragt man sich, ob er vor Covid den Angst hat. Ja. Ja, klar. Hier ist es nicht so. Aber, würde mir aber freuen, wenn sie die noch auf der Wand schicken. Hallo. Hallo. Wo geht sie? Jo, ich bin. Jo, ich bin. Herzlich willkommen auf YouTube. Was geht? Was geht? Kommt jetzt auf Fernsehen? Nein, auf YouTube. Auf YouTube. Auf YouTube. Ja. 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 Ich bleibe einfach so selbst. Ah, das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Ja, das Ding sag ich so. Alles andere ist mit der Scheidung. Das denke ich auch. Wollen wir, was treibt sich so schön und was macht da schönes? Im Heiligtum sind wir unterwegs. Im Heiligtum. Was ist Heiligtum? Im Heiligtum. Im Heiligtum. Heiligtum. Oh. Oh. Ja, das ist, ja, steigt Konsti, ja. Und ein Stab. Oh mein, da macht die Schaden und ist schlecht. Ne, das ist so bestraftlich. Nicht so im Vergleich zu meiner Hellbade. Auch gar nicht mehr so viel vor uns, ja? Wo ich hier Nowher kommen. Ja? Hm? Proto-Latenz bestimmt schon wieder. Bitte? Das geht schon, ich wollte nur was schreiben oder so, dann kannst du den Chat abonnieren. Schalt mal hinten, das ist frei. Links oder rechts? Ja, wir brauchen weniger oder so. Ist nicht mehr recht. Sonst falsch, wenn du nachher runter springst oder so. Gut, dann musst du halt ein paar Aussagen. Rechts oder links? Rainer? Ja? Hast du mal ne Gruppe gehabt, wo der... ...ttt mehr Damage macht als der nächste? Kannst du jetzt extra hier rein zu gehen? Ja. Hast du den doppelten Damage hin? Den doppelten Damage? Pagota, Hartmut haben wir gemacht. Wir haben 10 Minuten gebraucht, Hartmut. Alter, die App ging so was von langsam runter. Alter, leck mich am Arsch, ey. Ich musste die 3 noch trinken, ey. Wir haben es geschafft, oder? Ja, wir haben es geschafft. Die Heiler waren super. Hacks waren super, aber die DDR waren nicht heiße. Jetzt zieht die Treppe hoch, ey. Ne? Ja, zieht sie mal wieder auf die Treppe. Warte jetzt schon wieder. Der Bär ist nicht. Danach waren wir auf Feuer. Da haben wir genauso lange gebraucht. Du leckst mich am Arsch, ey. Ich verstehe jetzt mal diese Lampe. Ja. Da haben wir jetzt. Guck mal. Deswegen kann er auch kicken. Kick. Ich werde mal lernen. Ich werde ihn wiederbeleben und cover es in C2. Kick. Ich werde dann ruhig von mir runterflicken. Eieieiei. Ist das so? Ja. Du hast Aggro. Du hast Aggro. Ja. Weil ich den ersten Sand zu habe und der dann von meinem Götzen da die ganze Zeit Schaden bekommen hat. Der Mob war bestimmt nicht angetanke. War auch nicht. Na dann. Ich habe mich ja nur um das Anhängsel gekümmert, während sie sich um das andere gekümmert haben. Aha. Anhängsel. Das ist auch mal auf der anderen Seite hoch. Normalerweise gehen wir ja auf der anderen Seite hoch. Stimmt. Ja. Ja. Haben wir es ja auch fast rein. Weil da auf der rechten Seite ist normalerweise ein Schwert oder so. Für Max Riss, wo man holen muss. Ja. Aber da keiner von uns die Quest hat, brauchen wir da ja auch nicht hoch. Eigentlich nicht. Da brauchen wir die ganzen Mobs hier auch nicht kloppen. Wenn wir bloß nicht gepullt hätten. Außer der, der nachkommt. Ich war es nicht. Wir waren jetzt schon wieder. Ich nicht. Irgendjemand ist der Hände gelaufen. Wir, ich. Man kann mir nicht klopfen. Wir nicht. Ich bin direkt in die Gruppe reingerannt. Das weiß dann keiner, wer die Akku hat. Wenn ich jetzt meine Kinder stirbt, ist das ja auch real, wäre die Akku hat. Ja, doch. Servus, wieder da! Bebe! 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 Ist jetzt schon der letzte Boss, ne? Ja, jetzt haben wir noch ein paar Mobs und dann sind wir vom letzten Boss, genau. Und die sind jetzt auch auf Stufe 40, also werden sie mir auch rot angezeigt. Direkt noch ein paar Punkte eben. Hey, ficherweise. Bin gespannt. Wir werden es erfahren. Wenn er stärkt, dass sie vorher tötet, hab ich jeden Fall nicht. Wenn! Oh, krieg sie mal. Dann. Dann vorbei. Ich, sie wird sich jetzt wieder beschweren. Mensch, kick die doch nicht. Ja, lass mich grad mal gucken, dann sag ich das mal. Nee. Wir haben es grad auf dem Platz frei. Aber der muss schon was mit Level 40 bringen oder so. So, schau mal, jetzt hab ich mal was. Und da hinten haben wir schon unseren finalen Boss hier. Ich hab gepulst. Den Meister vom Heiligstuhn. Wie kannst du ihn noch pullen? Und der ist jetzt hier für das... Chaos und herrscht, ja. Genau. Der Monster Brummer da. Der ist groß, ja. Ja, da könnte ich... Die Heilung kriegen wir hin, nur... Schaden könnte ein bisschen dauern, ne? Ach, das wird schon. Ach so, nee. Fauen wir mal. Sag mal. Ich geh auch noch auf Raserei oder so, ist meine Sache. Warte mal, ich warte mal kurz. Weil den Ani-Chani tankt dann oder so. Und da reicht ein Tank. Gut. Geh ich einfach rauf, unfällig oder so? Ja, 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 klar. Oder sich auf Wunsch achten, ne? Ne, der Stunt halt zwischendurch mal. Okay. Aber ja, ansonsten hat er nichts Besonderes. Ja, ja, ja... Jetzt kommt das dann, ja, aber der ist geburtzt. Da kommt es dann. Aber ja. Er ist nicht mehr so effektiv wie früher, ja. Ne, ne, das ist halt, weil sie... Die haben ja jetzt die eingeführt und dann hat er einmal betäubt, hast du ja eine gewisse Immunität für den nächsten 30 Sekunden oder so. Wenn du dann zweimal hinterher das betäubt macht, dann kommt es dann zweimal, dann ist es gar nicht mehr betäubt, ja. Ich weiß gar nicht, was ihr euch saugen gemacht habt. So, was haben wir denn? Stoffflüchte und Constintelligenz, das ist ein Caster, wo wir nicht dabei haben. Was ist Stärke für ein Caster? Der ist auch der Hox. Das ist für ein PS ganz gut. Aber sie verzichtet, okay. Baue ich auch nicht, ja. Ja, aber wenigstens noch eine Rüstung noch mitgenommen. Ruhig. Tja. Das war's. Mit dem Heiligtum. Ja, das war's mit dem Heiligtum. Ja, das war's mit dem Grund genommen, genau. Jo, dann danke ich euch für's... Ach, hallo. Wir haben nicht mal 45 Minuten gebraucht. Ist doch gut. Ja, zu uns, ja, den schon. Jo. Danke ich euch für's Mitkommen. Und... Schönen Tag. War's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.